Wieso muss das so sein, Louis? Wieso ausgerechnet ich, Louis? Wieso muss das so sein, Louis? Einer wie du und ich, Louis? Yeah! Louis can't sell all durch dein Büger aus der Mittelschicht Ich schaffe der Stiller in dem Song und Grund für die Titelgeschichte Damit der Fit bleibt drin für sich, für Frauen benimmt er sich Er hat schon einiges an sexuellen Erfahrungen hinter sich Befindet sich in Blüterzieher von seinem jungen Leben Nur zum sagen 25 und will noch was er leben Er schafft hart für was er hat Hat so viele Leute, sind korrekt und stets höflich das Zumindest sagen die Leute Der Karte hat sich dreht an dem Tag, als Luan im Tisch geht Nach zwei Wochen schlaflose Nacht meint der Schiffahrt Hört sie, es tut mir leid, dass so muss die Diagnose sein Der HIV-Virus in ihrem Körper, der ist positiv Schon vorbei, Louis hat das Blackout, den ihm weghaut Viele in die Realität schockiert und er es einfach nicht glaubt Louis, wieso muss das so sein, hä? Louis, wieso ausgerechnet dich? Louis, wieso muss das so sein? Louis, wie soll man es so sein? Louis, einer wie du und ich Louis, wie soll man es so sein? Louis, wieso ausgerechnet dich? Louis, wie soll man es so sein? Louis, einer wie du und ich Louis' Lebenslage hat sich gedreht, 180 Grad. Der Virus ist zwar noch nicht ausgebrochen, aber was macht das für ein Unterschied in dieser Situation? Dass der Tod schnell den Cover in Men hüpft, nicht am Horden wie nen Torne-Mauk, etwas, was Lou nicht erwartet hat. Castello denkt nach und findet Ertreigkarte jetzt. Die Lage ist perfekt für einen lukrativen Bankrauch, weil er auch nichts verliert und P.A.s im Verstand glaubt, von ihm sagt, hey, Junge, sollst du nichts gesehen von der Welt? Das funktioniert nicht ohne Pop und nicht voller Gas. Louis macht sich auf der Schwarzmeer, der ist, wovon er anspricht. Bingo, 9mm, halbe Automatik im Klartex Castello. Ist gewappnet fürs Vorhaben, weiß klar wie vorgehe, Kantonalbank ist morgen dran. In der Vorstadt und falls ihm der Kluse klingen, Geld schnappen, Flugzeug buchen und ab in die Philippine. Louis, wieso muss es sein sein? Louis, wieso es gerechnet dir? Louis, wieso muss es sein sein? Louis, einer wie du und ich. Louis, wieso muss es sein sein? Louis, wieso es gerechnet dir? Louis, wieso muss es sein sein? Louis, einer wie du und ich. Am nächsten Tag ist es passiert, um Exakt 4, Lapp 4. Louis steht vor der Bank mit leeren Magazinen und voll maskiert. Lauf dir! Viele Kameras sind überall, zieht's Chromos im Sack und schreit, haben du einen Überfall. Das Frühlein in der Schalter 4, hat kapiert, kooperiert, füllt zwei schwarze Taschen voll mit Papier. Was Louis nicht bemerkt hat, Bankier am Schalter 7, der hat schon längst die Schmier informiert, fragt sich, wo die bleiben. Louis schnappt sie sein Geld, für ihn ist alles ok. Er schallt sich so dritt, er kommt, realisiert der Polizei. Hey, geratet in Panik, Schweißtreifen setzt an zur Flucht. Hecker schütze Kugeln fliegt durch die Luft, mit voller Wucht, treffet Louis in der Brust. Louis geht zu Boden, die Schau lustig, Massen brüllen, die Reporter tobert. Schlimmste Abend von 7, kalten Oktober, im Brief von Marcin Kastel, lauter Fehldiagnose. Louis, wie soll man sonst die? Louis, wie soll es gleich n' dir? Louis, wie soll es gleich n't dir? Louis, einen wie du und dir? Lu, wieso muss das da sein? Lui, wieso es gleich nicht dich? Lui, wieso muss es so sein? Lui, eine wie du und ich. Wieso muss es so sein? Wieso es gleich nicht dich? Eine wie du und ich. Denk drüber nach. Denk drüber nach, so können sie in den Vorausgau. Denk drüber nach.